Eine Grenze, die verbindet, dank Kaufrausch. Zigarette, Blume, Getränke. Heute voll Stress, oder? Nee. Stress? Geld machen Stress? Nee. Der Polenmarkt von Hohenwutzen. Arbeit für die Polen, Spaß für die Deutschen. Ich möchte gerne so eine Wackelblume. Angebot nach deutschem Geschmack, zu polnischen Preisen. Deutsch-polnische Grenzerfahrungen gibt es gratis dazu. Kleines Abenteuer soll es ja auch immer sein. So. Daniel Kirstan feiert heute Ladeneröffnung. Und seinen Vermieter, Nikolas Gesch, hat er natürlich dazu eingeladen. Der Polenmarkt ist ein Unternehmen in deutscher Hand und Nikolas Gesch ist der Geschäftsführer. Sie hören auf ihn, wenn es um deutsche Kunden geht. Auch wichtig, dass die Läden halt modernisiert werden, so wie hier, dass es halt besonders groß aufgeräumt und hell ist. Also wenn man das vergleicht mit dem vorigen Stand, ist das schon ein deutlicher Fortschritt. Und die fünfte. Die fünfte, aber die fünfte vergrößert. Die modern gemacht, ja. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Runde hier. Ja, okay. Daniels Laden ist ein bisschen wie der ganze Polenmarkt. Dann, bitte. Dankeschön. Gast vor. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Manches nur ein paar Euro günstiger, manches bis zu 50 Prozent. Der Polenmarkt liegt rund 70 Kilometer von Berlin entfernt, kurz hinter der Oder-Grenze. Zwischen dem deutschen Ort Hohen-Wutzen und dem polnischen Uschinow-Dolne warten in einer alten Fabrik hunderte polnische Dienstleister und Händler auf ihre deutschen Kunden. Beim Rundgang erzählt Nikolas Gesch, was er alles tut, damit die Kunden sich wohlfühlen. Das ist unser Kuhdamm, der Hauptverkehrsweg an sich, wo der meiste Verkehr ist, die meisten Kunden und das ist wirklich die Hauptader des Marktes. Und deswegen haben wir das schon vor langer Zeit Kuhdamm genannt und jetzt ist es auch ganz offiziell mit Straßenschildern. Und ist es denn so teuer wie der Kuhdamm? Nein, auf keinen Fall. Es mag vielleicht schon ein bisschen teurer sein, also die Markstände in der vorderen Lage sind manchmal natürlich etwas teurer als die in der hinteren Lage. Deswegen empfiehlt es sich natürlich immer als Kunde dann auch zu sagen, ein bisschen die Preise zu vergleichen und auch ruhig mal nach hinten zu gehen und in den hinteren Straßen und dort zu schauen. Aber die Preise seien polnisch, erzählt Nikolas Gesch. Und manches Angebot. Getrocknete Rinderpenisse zum Beispiel für den Hund zum Knabbern oder die sogenannten Polenbüller, in Deutschland verboten. Eine Grenze zieht eben nur das polnische Gesetz. Drogen gibt es nicht zu kaufen oder irgendwelche anderen illegalen Waffen oder irgendwas in der Richtung. Aber ansonsten alles, was der polnische Gesetzgeber uns erlaubt, das kann man hier auch kaufen. Und eine Grenze zieht er persönlich. Tier, Welpen, also Hunde- und Katzenwelpen dürfen auf unserem Markt nicht verkaufen. Da sind wir auch richtig hinterher. Das steht in der Marktordnung drin und unsere Wachleute passen da auch wirklich auf, dass das nicht passiert. Warum passen Sie da so auf? Ich finde es einfach falsch. Also ich, meine Mutter ist im Tierschutz und ich bin so erzogen worden und sehr tierfreundlich. An der Seite von Nikolas Gesch ist stets Thomas Schivieler, falls polnisch gefragt ist. Hallo. Zum Beispiel bei den Stichproben. Der Verkäufer ist einverstanden mit der Kontrolle und damit, dass wir das filmen. Hier kann man vertrauen. Das wollen sie beide zeigen. Einmal im Monat beschwert sich jemand, erzählt Nikolas Gesch. Meist aber grundlos, meint er. Habe ich noch nie, konnte ich noch nie so nachweisen, dass irgendwie... Wirklich nie? Nee, noch nie. Wirklich. Also es ist natürlich auch... Bei manchen ist... Man kann es natürlich auch manchmal schlecht nachweisen. Wenn jemand sagt, ja, ich habe falsches Wechselgeld rausbekommen. Das ist natürlich eine Sache, die kann ich im Nachhinein nicht überprüfen. Sondern ich kann nur mit den Mietern sprechen oder mit den Händlern dann sprechen und sagen, bitte passt auf, ist ganz wichtig, dass die Kunden fair behandelt werden. Und dass sie sich auch fair behandelt fühlen. Nur so kommen sie wieder. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Leute sich halt ungerecht behandelt fühlen. Vertrauen ist ein Thema auf diesem Markt, auf dem die Kunden Deutsche, aber Preise und die Art zu verkaufen noch sehr polnisch sind. Heute ist Promotion, Kekse gratis, Feuerzeug gratis, Lucha gratis und Schneebeutel gratis. 30. Wie viel Stand brauchen? Nein. Aber für 30? Hallo. Digga. Warte mal, warte. Kann man denn noch handeln? Ja, natürlich. Nicht immer. Bei Zigaretten nicht. Aber bei Sachen nicht. Bei Zigaretten zählen die Zugaben. Und der Spaß. Schiene Beutel. Alles komplett 96. Und originale keine Scheiße. Mit Kassenbohnen. Okay? Der Markt ist geteilt durch die Ladentheke. Ich bin nur armer Verkäufer. Du bist Kapitalist aus Deutschland, ja? Ich kaufe bei mir. Königkunde ist deutsch. Verkäufer sind und bleiben wohl Polen, erzählt Nikolas Gesch. Wir hatten schon deutsche Verkäufer hier, aber das hat dann auf Dauer nicht so funktioniert. Glauben Sie, langfristig wird das hier irgendwann nicht mehr diese Arbeitsteilung geben? Ich glaube nicht, weil diese Verteilung macht Spaß. Wir kennen uns, wir wollen uns kennenlernen, aber diese Unterschiede machen uns neugierig. 1992, als die Oderbrücke wieder eröffnet wird, ist es nicht nur Neugierde, die die Deutschen in Scharen nach Polen zieht. Es ist der Preisunterschied bei vielen Produkten. Lebensmittel, Pflanzen, Zigaretten, Tanken. Durch den deutschen Grenzort Hohen Wutzen rollt daraufhin regelmäßig eine Blechlawine. Halb Berlin scheint zum Shoppen nach Polen zu fahren. Freitag, Sonnabend, Sonntag geht eine Mittagsruhe. Auf der polnischen Seite in Uschinov-Dolne hoffen und bekommen sie den Aufschwung. Marktstände und Friseursalons schießen nur so aus dem Boden. In die alte Zellstofffabrik direkt hinter der Grenze investiert damals ein deutsch-polnisches Trio. Mit dabei Adam Zawodzki. Deutsch-polnische Zusammenarbeit charakterisiert er so. Die Polen sind risikofreudiger. Die Deutschen sind im Geschäft, sagen wir, dadurch, dass sie sehr viel vorsichtiger sind, sind auch zuverlässiger. Später übernehmen die Deutschen auch noch seine Anteile. Und der Markt auf polnischem Boden wird eine sehr deutsche Angelegenheit. Produkte nach deutschem Geschmack und für deutsche Bedürfnisse mit polnischen Preisen und Verkäufern. Manche Kunden kommen nun zum Polenmarkt seit über 20 Jahren. Wenn es jetzt abregnet, wird es am Wochenende schöner, sagen sich die Schüßlers. Denn es naht der erste des Monats und damit ihr traditioneller Polenmarktbesuch. Die Schüßlers fahren seit über 20 Jahren regelmäßig von Berlin aus auf den Polenmarkt. Und besonders Birgit Schüßler lebt dort ihren Sammeltrieb aus. Nebenbei überlegen wir dann immer noch, wie wir hier in den Garten einen zweiten Boden reinkriegen. Zweiten Boden, warum? Na, der Sammeltrieb, der ist größer als die Möglichkeiten, die wir hier haben. Aber manches ist dort einfach unwiderstehlich, wenn es auch nicht mehr alles so günstig ist, wie es mal war. Und günstig muss es sein, aus gutem Grund. Also ich bin jetzt schwer beschädigt auf Ruhestand und naja, da fehlt ein bisschen und da guckt man ja doch, wo kriegt man es günstiger. Und in Polen ist das nicht mehr so, dass man sagen kann, da zahlst du weniger. Bestimmt Artikel, ja, aber Baumaterialien, hier wie Holz oder so. Trotzdem lohnt es sich, weil es immer noch Sachen gibt, die dann doch noch da billiger sind, weil da ein paar Sachen dann auch verkauft werden, die hier nicht verkauft werden dürfen. So diese Markenware mit den Rechtschreibfehlern. Der Regen ist vorbei. Schnulle. Der letzte Einkauf muss noch seinen Platz finden. Ich würde vorstellen, wir montieren das an das Gitter oder wir stellen es einfach mitten im Beet. Da ist das schöne Stück verloren, meinen sie. Die Entscheidung wird vertagt, auf die Zeit nach dem nächsten Einkauf. Vieles ist hier aus Polen. Manches hat sogar vier Beine. Das ist Susi. Unsere kleine polnische Mitbürgerin. Auch Tiere sind günstiger. Aber da achtet Birgit Schüßler zuerst auf die Haltung. Tiere, die bei uns sind, sollen es gut haben. Und die sollen auch von da kommen, wo wir sagen, die Haltung können wir mit vertreten. Weil da, wo das nicht schön ist, kaufe ich nicht, ich unterstütze das nicht. Auch für die Enkelin Mara ist der Ausflug nach Polen mehr als nur Shopping. Es ist eine Abwechslung. Immer Anfang des Monats. Wie viele andere Leute auch. Und dann ist da Bambula angesagt. Warum Anfang des Monats? Weil es da die meisten Sozialleistungen gibt. Da kommt die Rente. Mara muss mal. Das geht natürlich vor. Aber einen Punkt will Birgit Schüßler noch machen. Wir haben uns auch angewöhnt, das eine oder andere auch unterwegs mitzunehmen, wenn wir irgendwas brauchen. Also auf dem Weg nach Polen. Haben auch die deutschen Grenzbewohner eigentlich was vom Polenmarkt? Wir schauen uns um in Hohenwutzen. Der deutsche Ort scheint unberührt von der Hektik des Marktes. An der Brücke wirbt Thomas Vogt für seinen Laden. Der Fleischer ist der größte Arbeitgeber am Ort. 15 Mitarbeiter machen unter anderem seine berühmte grobe Leberwurst. Der Polenmarkt, erzählt er, bringt auch ihnen was. Kunden, die aus Berlin kommen und da drüben einkaufen, halten auf der Rücktür sehr oft bei uns an und kaufen uns auch noch einen. Also das passiert schon. Ja, das passiert. Also dieser Markt hat endlich unser Geschäft eher belebt. Bei Fleischer Vogt fürchten sie nicht die polnische Konkurrenz, auch wenn die vielleicht billiger ist. Alle tanken drüben. Das war's dann aber auch. Warum soll ich polnische Knacker? Probier die Kaffe. Wir sind ja gleich nebenan sozusagen. Man spricht ausschließlich Deutsch im Laden. Polen kaufen hier nie einen. Und an diesem Werktag am Monatsende sind auch nur Einheimische da. Wir-Gefühl wird mitverkauft. Wir haben das große Glück, dass wir im Ort noch ein Fleischer haben. Und das ist ja der große Vorteil dabei. Und wenn wir uns hier selber nicht untereinander ein bisschen was abkaufen, dann geht's auch dem Handwerker schlecht. Man muss auch ein bisschen Solidarität zeigen, sagen auch Heike Schulz und Marion Babke. Aber ab und an feiert man schon mal zusammen mit den polnischen Nachbarn. Wenn man diese Sprache nicht wäre. Da haben wir jetzt Gewalt. Ja, das stimmt. Das muss ich auch sagen. Wer muss sich da bewegen? Wer muss die Sprache lernen? Ich denke mal wir, ne? Da bin ich ehrlich. Da sind wir Deutschen und einfach ein bisschen faul. Ware für den Wochenmarkt. Heute fährt Klaus Fehle-Melcher damit nach Bad Freienweide. Er ist in Hohenwutzen geboren und aufgewachsen. Polen immer vor Augen. Aber auch immer irgendwie weit weg. Ich bin ja große Wanderer. Damals war ja gesperrt. Wie gesagt, aber jetzt wird offen. Es ist auch nicht anders. Also das Verhältnis zumindest nicht. Das Leben, denke ich mal, tauscht sich hier an der Grenze nicht so aus, dass man es merken würde. Thomas Vogt sucht dringend Nachwuchs. Auch einen Polen würde er nehmen, erzählt er. Aber die schrecke die lange Leerzeit. Denn das schnelle Geld wird nebenan gemacht. Zigaretten-Drive-In. Eine von vielen Geschäftsideen des Polen-Marktverkäufers Daniel Kirstan. Bald ist Monatserster. Dann wird's hier richtig voll. Einiges wird Daniel geliefert. Per Telefon bestellt er eine Extra-Ladung Zigaretten beim Großhändler. Anderes muss er holen. Immer ist Schnelligkeit entscheidend, wenn man Kunden halten will. Ich bin ganz intuitiv. Wir gucken, aha, jetzt geht die Sache oder so, oder Kundschaft. Fragen, oh, sowas suche ich, sowas. Und dann, wenn ein, zwei, dritte Kunde suchen das, dann nehme ich das Telefon sofort und dann rufen. Bei dieser Großhändler, bei dir, hast du sowas? Dann musst du ganz schnell reagieren. Der Fleiß der Familie zahlt sich aus. Das zeigt sich, als wir am Haus des Bruders vorbeikommen. Der lässt sich gerade einen schönen neuen Zaun bauen. Hey, morgen machst du den Teich in meinem Garten, ja? Daniel Kirstan hat nun Geld für die schönen Dinge im Leben. Es war hart am Anfang, erzählt er auf der Fahrt. Seine Familie kommt ursprünglich aus Rumänien. Anfang der 90er suchten sie ihr Glück an der Grenze zu Deutschland. Einen Acht-Stunden-Tag kennt er nicht, eher 16 Stunden. Und mehr. Manchmal geht es Anfang jetzt und dann 22 Uhr oder vielleicht morgen 13 Uhr. Weil, wann habe ich Nachtschicht, dann muss ich immer weitermachen, ja? Lieben Sie Ihre Arbeit? Ja, natürlich. Warum? Ich bringe Euro. Euro. Ich habe Hobby mit Euro. Das ist mein Hobby. Das sind nicht so viele, aber ich habe auch Kinder. Ich muss alle kaufen und Klamotten brauche und alles. Heiters Leben. Und sparen, ja? Ja. Ja, sparen bei, weißt du nicht, was morgen bringen, ja? Es gibt nicht viele Produkte aus Polen, die Daniel verkauft. Die von Piotr Wojtetski gehören dazu. Blumen. Daniel braucht für das große Wochenende am Monatsanfang rund 200 Blumenampeln. 12, 13 Jahre machen wir die Blumen, dann habe ich Auge für das. Wenn mir gefällt, dann Kunde gefällt auch. Gefällt mir nicht, dann Kunde kauft auch nicht. Ich gucke, aber ich nehme zur Probe, aber gefällt mir nicht. Und dann die Blumen stehen. Ihre Blumenampeln züchten sie auch schon mal schwarz-rot-gold. Extra für Daniel. Der deutsche Markt macht rund 80 Prozent des Einkommens von Piotr Wojtetski aus. Diese Blumenampeln gehen komplett auf den deutschen Markt. Was wäre, wenn die Grenze zu ist und ich deine Blumen nicht mehr verkaufe? Darüber denke ich nicht nach. Du bist ein Optimist. Ja. Ich habe nichts gegen die Deutschen, es gibt keine Probleme. Ich habe aber auch keinen Kontakt mit ihnen. Das Gewächshaus liegt 10 Kilometer von der Grenze. Aber mit Deutschen hat Piotr Wojtetski nichts zu tun. Ihm reicht es, wenn Daniel für ihn die Blumen an die Deutschen verkauft. Heute, ausnahmsweise, schenkt er ihnen ein paar. Manche Polen sind immer noch vorsichtig mit denen, die einst diese Häuser bewohnten. In Uschinov-Dolne, ehemals Niederwutzen, steht ein Haus, das früher offenbar der Familie Dewitz gehörte. Seit den 60ern wohnt hier Leokadia Baröwa, doch irgendwie stets aufgepackten Koffern. Denn die nahe Grenze war bis 1991 nicht von ganz Deutschland anerkannt. Als mein Vater mal zu Besuch kam, sagte er, ich werde Zentralpolen nie verlassen. Denn wenn es wieder zu einem Krieg kommt, und früher dachte jeder, auch ich, dass es wieder dazu kommt, wenn die Deutschen uns wieder überfallen, werden wir hier nicht leben können. Kind kommt zurück. Doch es sind nun ihre Häuser. Und sie pflegen sie. Der Grenzverlauf ist längst unumstritten. Ich respektiere jeden Deutschen. Wenn ich im Supermarkt in der Schlange stehe, und sie sehen, dass ich wenig Einkäufer habe, sagen sie, bitte, und lassen mich vor. Es hat geholfen, dass die Grenze nun offen und deshalb weniger wichtig ist, erzählt sie noch. Und zeigt uns gleich nebenan den Supermarkt mit den vielen freundlichen deutschen Kunden. Und heute sind es viele, obwohl es ein Werktag ist. Denn es ist Monatserster. Dies ist nur der Auftakt für das große Wochenende. Jeder kommt aus einem anderen Grund. Hier kriegst du ja alles. Schönen Mittagessen. Schmeckt auch gut, lecker. Bummelt mal ein bisschen rum. Man lernt Land und Läuse kennen. Für HLD-Witzen, was so ein bisschen imitiert wird und ganz nett nachgemacht wird. Was haben Sie denn gekauft? Gar nichts. Gar nichts. Nur eine Ausfahrt gemacht. Was gibt es da gerade? Nur eine Ausfahrt? Schade. Dabei wäre auch für ihn etwas dabei gewesen. Viele kommen nur, um zu gucken. Doch manches, was man entdeckt, erscheint gerade in Polen merkwürdig. Das Reich kommt wieder, verspricht ein Kuschelkissen. Alles ist da, für eher nationalistisch gesinnte Kunden. Das hier ist ein Markt. Man macht alles für die Kunden. Das ist nicht verboten und die Ware beleidigt oder schadet niemandem. Soll er es nicht kaufen oder nur anschauen und weitergehen. Auch Andrzej Schwawäck hat jahrelang als Verkäufer alles für Kunden getan. Man kennt sich. Aber Geschichte ist für ihn mehr als ein fragwürdiges Nostalgieprodukt. Gerade hier. Denn er hat eine besondere Beziehung zu dem Ort. Da drüben bin ich aufgewachsen. Dort, wo in den 30ern die Verwaltung saß und heute ein Friseur. In den 60ern wohnte der kleine Andrzej mit seinen Eltern zunächst hier. Er blickte von seinem Fenster aus auf die Grenze. Ushinów Dolny ist damals das Ende der polnischen Welt. Ich bin hier aufgewachsen. Deswegen beschäftige ich mich mit der Geschichte des Ortes. Er ist reich an Geschichte, weil das früher keine polnischen, sondern postdeutsche Gebiete war. Die Polen sind nicht freiwillig hergezogen, sondern es ist halt so gekommen. Er hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Er und seine Frau Anna, eine Deutschlehrerin. Sie zeigen uns ihre Sammlung alter Fotos und Ansichtskarten. Früher waren Hohenwutzen und Niederwutzen, heute Ushinów Dolny ein beliebtes Berliner Ausflugsziel. Die Bahn bringt erst Ausflügler, dann die Zellulose Fabrik, die im Krieg auch Zwangsarbeiter einsetzte. In den letzten Kriegstagen sind Fabrik und Brücke umkämpft. Es heißt, es wird dort auch Sprengstoff produziert. Aber warum die Fabrik später nie wieder in Gang kommt, hatte einen anderen Grund. Zuerst nahmen die Russen alle Maschinen mit, denn die waren so gut wie neu. Und später wollte Polen eine solche Fabrik lieber nicht in der Nähe der deutschen Grenze haben. Heute ist die Nähe zur Grenze sein Vorteil. Andrzej hat gleich nebenan ein Restaurant. Auf der Terrasse polnische und deutsche Gäste. Solange die Brücke über die Oder geöffnet ist, sagt er, ist hier berechenbar Betrieb. Die Deutschen haben ihre Mittagszeit und halten sich daran. In Polen gibt es so etwas nicht. Die Deutschen kommen alle um 13, 14 Uhr, als hätten sie sich verabredet. Sie vertrauen nun darauf, dass die Deutschen nur als Gäste kommen. Sie vertrauen auf weiterhin gute Geschäfte. Dieses Gefühl ist noch nicht alt, erzählen sie mir auf ihrer Terrasse. Das fängt jetzt erst an. Jetzt erst, nach 25 Jahren? Ja, vielleicht jetzt. Gleich kann ich das so sagen. Da können wir leichter leben. Ein bisschen leichter. In den Urlaub fahren. In zehn Tagen vielleicht. Okay. Ein bisschen leichter nur? Eine Unsicherheit bleibt? Ein bisschen leichter. Andrzej fährt mit uns zu Ingrid Hommig. Ihr Sohn ist in meinem Alter, wir haben zusammen gespielt. Er will sie uns vorstellen, weil keiner mehr weiß als sie, wie es ist, wenn Deutsche und Polen keine Freunde sind. Ingrid Hommig wird als Deutsche geboren, aber bei Kriegsende schafft ihre Familie es nicht mehr über die Oder. Sie bleibt hier hängen, in Niederwutzen, Uschinow-Dolne, schlägt Wurzeln, so schwer es auch gewesen ist, erzählt sie. Es war ganz schlimm, wissen Sie, wie wir sind in der Schule gegangen. Sind wir in die Schule gegangen und haben die polnischen Kinder gesagt, was wisst ihr, eine Deutsche? Und haben sie geschimpft auf uns. Sie wird von den Kindern damals nur ein bisschen mit Knüppeln gejagt, erzählt sie. Die Erwachsenen lassen sie in Ruhe. Später heiratet sie einen Polen, bekommt drei Söhne und arbeitet in der Landwirtschaft. Ihre Hühner sind heute noch ihr ganzer Stolz. Besonders die Grünleger aus Deutschland. Nach der Wende ändert sich alles. Sie fährt mit polnischen Nachbarn zum Spargelstechen nach Deutschland. Das habe ich organisiert und sind immer mit dem Auto hingefahren. Dann war ich schon gut. Dann waren wir schon gut, dann haben sie schon auf meinen Vater nicht geschimpft, dass wir Deutsche sind, weil das war, dass ich Arbeit versorgen habe. Mit dem Geld renoviert sie das Haus. Die offene Grenze hat alle versöhnt, erzählt sie. Welche Bedeutung das Wort Heimat für sie hat, frage ich. Es ist eine, die nicht an einen Staat gebunden ist. Dieser Ort, also in Norddolny oder in Niederwutzen, ist Heimat von mir. Ist es, ne? Ja. Und ist es egal, wie es heißt? Alles egal. Es ist ihre persönliche, es ist aber auch eine alte Erfahrung. Ein Fluss trennt die Menschen. Heute kann man an der Oder Neues erfahren. Dank einer Brücke und dank eines Marktes. Okay, Bruder, bewegung, bewegung. Daniel, der Polenmarktverkäufer im Endspurt. Und nicht nur er. Denn morgen ist richtig großer Verkaufstag. Morgen ist der erste Samstag des Monats. Sie sind ständig am Führung. Ja, aber geht nicht. Und viele nehme ich nicht. Daniel braucht Verstärkung. Marius ist sein Ältester. Er ist 17. Und geschäftstüchtig wie der Vater. Mein Vater meint halt, je mehr man macht, desto mehr Taschengeld kriegt man. Ja, circa 2-3% mehr, also 2-3 Cent. Das ist echt gute Motivation, nenne ich das. Und es ist besser, als zu Hause rumzusitzen und nichts zu tun. Das finde ich so. Lieber, man hat frei und so, dann stehen zu Hause und so. Ist nicht so Fan von Feinsinn oder so. Wie will es Papa? Hast du was zu tun für mich? Aber nicht umsonst, hat gesagt. Aber nicht umsonst, genau. Daniel ist stolz auf Marius. Der besucht eine deutsche Schule und der Vater hofft, dass er das Geschäft mal übernimmt. Denn es läuft gut. Aber will Marius das auch? Ich, um ehrlich zu sein, nein. Ich möchte schon was mit Zukunft haben, mit Ingenieur, irgendwas, wo man studieren muss. Mein Vater meint es. Also es hat zwar eine Zukunft, aber es ist nicht meine Zukunft. Ich sag's einfach so. Hat der Markt wirklich eine Zukunft? Manchmal sind die Gänge ziemlich leer. Es muss etwas geschehen. Es muss etwas geschehen. Polen-Marktleiter Nikolas Gesch hat auch schon Pläne. Die alte Zellstofffabrik bekommt neue Inhalte. Die Zwischenetagen, also das meinte ich hier mit den Zwischenetagen, die, die und da oben auch, die müssen ja in jedem Fall weg. Arbeitsbesprechung mit einem Architekten. Hier soll mal ein Möbelhaus rein, ein Logistikzentrum und nebenan ein Hotel. Rund 5 Millionen Euro Investitionen. Wir wollen natürlich versuchen, dass man immer mal wieder auch im Innenausbau dann sieht, dass es mal so eine Industriehalle war. Und dann auch irgendwelche Highlights auch dann rauszustellen, sag ich mal, wie irgendwelche unverputzten Wände oder irgendwelche alten Rohre und so weiter. Nikolas Gesch sorgt sich, dass der Markt allein bald nicht mehr genug zieht. Ihm schwebt ein Freizeitpark vor. Der Anfang ist gemacht. Eine Minigolfanlage und ein Gratis-Campingplatz sind schon da. Aber sie sind keine Publikumsmagneten. Und hier soll mal ein Strand hin. Eine Anlegestelle. Möglichst bald, denn die Zeit drängt. Die Zigaretten werden in Polen auch immer teurer und der Kraftstoff langfristig natürlich wahrscheinlich auch. Und so muss man ja sehen, dass man auch noch in 20, 30 Jahren die Leute hierher bekommt. Also Herr Schiweller, Polen wird immer normaler sozusagen? Polen ist normal. Mein Fehler. Aus deutscher Sicht sozusagen gleicht sich alles an. Ja, wir sind alle in Europa vereint und gelten die gleichen Gesetze. Gleiche Gesetze schon, gleiche Preise aber noch nicht. Das ist der Anreiz für alle auf dem Polenmarkt. Aber es gibt auch Reibereien, erfahren wir bei der Bauplanbesprechung. Der Übergang vom Spa-Bereich und vom Fitnessbereich rüber in das Erdgeschoss. Baugenehmigungen bekommt man in der Regel schnell, erzählt Nikolaus Gesch. Viel ist möglich, wenn man als Deutscher der polnischen Obrigkeit nicht in die Quere kommt. Ich bin doch überrascht, dass es in Polen relativ schnell geht. Also ich, soweit es da keine politischen Hindernisse gibt. Der Polenmarkt und seine deutschen Eigner sind nicht beliebt bei der Gemeinde. Ich gehe davon aus, dass wir da schwer behindert werden von der Gemeinde. Denn die Gemeinde verpachtet selber ja eine Tankstelle hier gegenüber. Und denen ist das dann natürlich ein Dorn im Auge, wenn für ihr eigenes Pachtgrundstück dann weitere Konkurrenz entsteht. Wir hätten gern auch mit der Bürgermeisterin darüber geredet. Aber sie lehnt ein Gespräch über den Polenmarkt ab. Es ist nun Samstag früh am Monatsanfang. Mit der Ruhe ist es vorbei. Gute Geschäfte. Wetter ist super. Ja, das Blumen haben wir genug gekauft. Rund 700 Stände bereiten sich vor. Tausende Kunden sind im Anrollen. Unter ihnen auch die Schüßlers aus Berlin. Sie haben einen klaren Plan. Ich richte mich immer nach Schnulle. Berlin-Marzahn. Haltestelle Polenmarktbus. Heute sind es sogar zwei. Und trotzdem Platzkrise. Der Busfahrer muss manche stehen lassen. Ja, weil ich bin im nächsten. Der Bus fährt sonst eine Stunde 15. Aber nicht heute. Für fünf Euro trotzdem unwiderstehlich, findet Rainer Breselge. Billiger kann man nicht ins Ausland kommen. Die friedliche deutsche Invasion ist willkommen. Und gefürchtet. Der Busfahrer deutet es an. Am Wochenende machen viele Leute, wie man so sagt, sie wissen schon, wovon ich spreche. Man braucht zumindest Flüssigkeit. Und Benzin, meinen die Schüßlers. Ja, Billiger. Und wenn wir schon mal hier sind, mitnehmen. Wir hatten schon mal Unterschiede bis zu 30 Cent. Aber leider Gottes geht die Schere irgendwann mal weiter zusammen. Irgendwann wird sich das nicht mehr lohnen, wenn das so weitergeht. Geht es dann überhaupt noch ums Lohnen oder geht es um den Spaß? Ich denke mir mal, wenn das so weit ist, dann werden wir so gut wie gar nicht mehr fahren. Säule vier, bitte. Aber noch lohnt es sich. Danke schön. Aber jetzt hinein ins Gewühl. Die Reichsbürgeraccessoires lassen die Schüßlers kalt. Aber alles, was quäkt und wackelt, findet gefallen. Ich möchte gerne so eine Wackelblume. Ja, mit der ist her. So eine. Hier. Genau. Und? Huda Hup nehme ich auch mit. Eine grüne Hula Hup. Die Schüßlers haben so ihre Spezialstände. Bei manchen gucken sie nur. Die Minions. Die passen sich hier immer an. Mit Käse, ne? Ja. Bei anderen werden sie regelmäßig schwach. 5,50 Euro. Und wie ist der Service so? So super toll. Die allermeisten sind auch sehr bemüht, mit Deutsch zu sprechen. Ich aber leider Gottes mit Polnisch nicht so doll. Aber erwartet denn hier jemand von Ihnen, dass Sie Polnisch sprechen? Nee, ich habe schlechtes Gewissen, weil ich bin ja hier zu Gast. Haben Sie das Gefühl, dass alle deutschen Kunden hier so denken wie Sie? Nein. Es gibt oft deutsche Kunden, die sehr herablassen zu den polnischen Verkäufern sind. Da schämt man sich dann fremd. An diesem Tag beobachten wir nichts in dieser Art. Aber dass die rechte Szene hier shoppt, ist klar. Birgit Schüßler findet das schräg. So eine Hautköpfe, so übersetzt. Also was die dann hier suchen, frage ich mich auch. Wenn ich was gegen fremde Kulturen habe, dann gehe ich nicht in fremden Kulturen einkaufen. Es ist fast Mittag. Bei Verkäufer Daniel herrscht Hochbetrieb. Habe ich so gesagt, habe ich nicht so viele Blumen gekauft. Die geht da langsam alle weg, ja? Hallo, bitte schön, Zigarette, guten Tag. Ach, der Mann war brutaler zu Hause, wa? Ich denke, das passiert nur bei uns in Polen, aber geht auch in Deutschland, wa? Man muss immer fröhlich sein, sagt er. Auch bei Fußball, ja? Macht so einen Spaß, wenn die Leute dann lachen, am Ende lachen. Und wenn du einen schlechten Tag hast? Dann sehen sie nicht das. Das sehen sie nicht? Dann sehen sie nicht. Eine Lady hat eine Reklamation. Haben Sie probiert in zwei Geräte oder nur eine? Die Musik-CD funktioniert nicht. Wie echt die Ware ist, diese Frage stellt keiner. Das ist nicht meine Schuld. Ich wollte hier das nicht. Produkt-Piraterie? Das sei nicht Sache des Verkäufers, meint Daniel. Bei keinem der fast echten Produkte. Es ist der Preis. Und auch der Schick, der sogar Rainer Breselge überzeugt. Guck mal, das habe ich bei Gucci gesehen. Das ist die Modelle vielleicht von Gucci, ja? Aber es ist nicht Gucci, ja? Es ist Median China. Und es ist nicht 200, 300 Euro, kostet 4,99, 5 Euro. Und da stehen keine Armani oder so, da stehen nicht Gucci, da stehen Gossi oder so oder ein bisschen was anderes. Weiß nicht. Wann produzieren die und kommen hier und Rechnung kriege ich, dann muss die Ware legal. Dann, wann gibt es Probleme, ob ich Kontrolle, sagen verboten, ich bringe die Rechnung, ja? Und zeigen hier, hier habe ich gekauft. Mittagszeit für die Schüßlers. Es ist nicht mehr ganz so günstig, wie es mal war. Aber manches ist eben nur hier erschwinglich. Da greift Birgit Schüßler zu. Dann ist es mir in Deutschland zu teuer, wenn es so spezielle Sachen sind. Aber hier kann ich es mir leisten. Auf der Terrasse, kleiner Urlaub. In der Küche, Stress. Die Schüßlers genießen. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Und erzählen, dass das zu jeder Zeit möglich ist. Ich bin schon mal mitternacht hergekommen. Ja. Hier kann man mitternachtstanken, hier kann man mitternachtst ein Brot kaufen und Brötchen. Ja, wurscht man ständig teilweise auch. Ja, wurscht. Aber wer kommt denn auf die Idee, mitternacht irgendwie herzufahren? Ja, wir auch. Heute gibt es das volle Tagesprogramm. Na ja, waschen und ein bisschen föhnen, nach außen föhnen und so. Wohlfühlprogramm für zwölf Euro. Ich hab das sowieso tierisch gerne, wenn man mir eine Haare rumspiegelt. Und während Frau Schüßler genießt, ist Polen-Marktleiter Nikolas Gesch hochkonzentriert. Meeting mit einem polnischen Investor. Er will das Möbelhaus in der Fabrik einrichten. Eine schöne große Werbetafel wünscht er sich auch. Die Frage ist noch, da wird sich Daniel natürlich aufregen, wenn dann seine Reklame verdeckt wird. Man ist sich aber so gut wie einig, nach polnischen Maßstäben. Handshake. Ein Handshake bedeutet mehr für mich persönlich und für die Leute, die ich Geschäfte mache, mehr als Unterschrift. Da bin ich auch vielleicht manchmal schon etwas angeeckt, weil für mich, letztendlich aus meinen Erfahrungen aus Deutschland, ich hier rüber genommen habe, der Vertrag ist das, was letztendlich zählt. Das, was schriftlich niedergeschrieben, auf was man sich ja irgendwann mal geeinigt hat. Das ist das, was dann auch gilt und keine irgendwelchen Nebenabsprachen, die vielleicht angeblich oder vielleicht doch irgendwann mal stattgefunden haben. Wenn man verbindet, die zwei Sachen, dann ist alles glücklich. Also man vereinbart mündlich und bestätigt rieflich. Birgit Schüssler ist nun schön und in der Stimmung für noch Schöneres. Hier ist der nicht schön, der Rock. Mann, dieser Rock hier, was kostet denn der? 35. 35, oder? Da kann ich mich ja bei Kids hier mal für einkleiden. Okay, Dankeschön. Dann muss eben eine Blumenampel reichen. Bei Daniel und Marius kosten die um die 5 Euro. Sie haben ja so ein reiches Angebot. Das heißt ja, die Qual der Wahrnehmung. Ja, genau. Mann, Sie können aber gut Deutsch. Ja, ich gehe auf der deutschen Schule. Ach, super. Und so ist der Kauf schnell abgeschlossen. Das passt gut, denn Paul kommt gerade. Marius' Kumpel aus Hohenwutzen. Er hat Ärger mit der Mopedsicherung. Alter, drei Sicherungen durchgebracht. Dreimal. Marius' Vater Daniel kann helfen, denn auf dem Polenmarkt gibt es ja alles. Für den Deutschen ist der Polenmarkt ein Stück Heimat. Er gehört eigentlich für mich dazu schon. Er gehört für dich dazu. Eben auch, weil du ihn kennst. Ja, hauptsächlich. Ja, wir sind auch wirklich mein einziger Freund seit der Grundschule. Die anderen sind jetzt irgendwie weg, sagen wir so. Sie sind jetzt, sind so ihre eigenen Wege gegangen. Manche sind ein bisschen assiger, sag ich mal so. Manche wollen lieber ein bisschen Substanzen zu sich nehmen, sag ich mal so. Also ein bisschen mehr trinken, aber Paul ist ein guter Mensch. Er ist sozial, sag ich mal so. Zugegeben, es ist nicht viel los in der Gegend. Paul und Marius klettern auf den einzigen Berg. Über 30 Meter hoch. Deutsch-polnische Freundeskreise gibt es nicht, erzählen sie. Man bleibt unter sich. Die Sprache ist die Grenze. Nicht hinfallen, Paul. Paul, warum lernst du nicht Polnisch? Das ist eine gute Frage. Warum die Schule? Wir hatten von der ersten Klasse an immer Englisch. Ja. Von der ersten an. Und ist das nützlich? Doch, ist nützlich. Englisch. Aber wäre Polnisch auch nützlich gewesen? Eher weniger. Was ist ihre Perspektive in der Gegend? Paul will bald eine Lehre machen. Marius studieren. Ja, dann wahrscheinlich irgendwie noch in Deutschland bleiben oder eventuell sogar ins Ausland ziehen. England, irgendwo, wo es halt, sagen wir so, eine Möglichkeit fürs Arbeiten gibt. Und du, Paul? Ja, ich schätze mal auch, dass hier sich eine Eignet verändern wird. Aber ich werde wahrscheinlich hier bleiben. Die beiden sind sich sicher. Der Polenmarkt wird sich verändern. Aber irgendwas dieser Art wird es hier auch noch in 20 Jahren geben. Ende des Markttages. Birgit Schüßler hat ihre Blumenampel und Enkelin Mara ihr Eis. Wie war sie denn nun so? Die Grenzerfahrung. Ich sage mal, irgendwann wird die Grenze ganz wechseln. Dann wird keiner mehr sagen. Also das ist jetzt, Blut auf Papier wird es stehen. Deutschland, Polen. Aber ich schätze mal, das wird sich alles irgendwann mal überlaufen. Ob wir das noch erleben, weiß ich nicht. Aber irgendwann... Dann werden die Deutschen und die Polen gleich. Aber das gibt immer noch Ossig und Wässig. Das ist dann eine andere Geschichte. Aber es stimmt. Zu einer Grenzüberwindung gehört mehr, als in ein Auto zu steigen. Heute haben viele auf ihre Art das Abenteuer Polenmarkt bestanden. Das Tempo verlangsamt sich. Nur nicht hier. Daniel lädt Ware nach. Denn nach dem Markttag ist vor dem Markttag. Und schon morgen ist der Polenmarktbus wieder da. los mit rip! Dennis Andy muss bei dem Markttag.